Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen ihr könnt mir helfen Video. Das ist hier jetzt Teil 1, weil Teil 2 gleich danach folgen wird. Und zwar geht es hier jetzt erstmal gerade um League of Legends. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass man bei League of Legends eintragen kann, wer hat sich dazu gebracht, League of Legends zu spielen. Dadurch kriegt man irgendwelche Sachen, sowas wie Ruhenseite, EP, RP, was auch immer. Das haben tatsächlich schon ein paar gemacht, darum ist es mir auch aufgefallen, weil ich hätte offenbar mehr EP und RP und dies, das. Das kann man halt machen, indem man sich anmeldet und dann halt einfach den Namen einträgt bei einer gewissen Stufe. Ich kann das ja auch mal kurz einfach hier einblenden, wie man das macht oder wo man das macht. Oder man macht das halt einfach so, dass man meinen Link benutzt. Das geht mittlerweile auch, vielleicht ging das auch vorher, wusste ich nie. Auf jeden Fall könnt ihr euch einfach darüber anmelden und dann habe ich euch sozusagen dazu gebracht, League of Legends zu spielen. Also, falls ihr irgendwelche Freunde habt, die League of Legends spielen wollen, oder falls ihr noch nicht League of Legends spielt und League of Legends spielen wollt, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr einfach meinen Link dazu benutzt. Und dadurch kriege ich halt RP, EP und kann mir eventuell Skins, Champions und alles anderes kaufen, was man da halt so kaufen kann. Oder falls ihr mal gebannt werdet oder sowas und ihr jetzt einen neuen Account braucht oder so, könnt ihr gerne meinen Link dazu benutzen oder einfach mich da eintragen. Und zwar muss man da noch EU-West eintragen. Wird ja aber gezeigt, hoffentlich. Ihr müsst dann halt bis Level 10 spielen oder höher, damit ich euch sozusagen beworben habe. Wäre das so nett, wenn ihr sowieso anfangen wollt, League of Legends zu spielen, dass ihr das über meinen Account macht sozusagen. Oder halt, dass ich euch das sozusagen gebracht habe. Und ich bin ja eigentlich nicht so an Skins oder sowas interessiert. Ich glaube, wenn ich genug RP bekomme, werde ich daraus irgendein Gewinnspiel machen, dass dann halt die, die sich, na, dass halt alle meine Abonnenten daran teilnehmen können und, oder halt allgemein alle, und dadurch eventuell Skins bekommen oder diese komischen Geschenke. Aber dafür müsst ihr halt nicht auf den Spielen und Level 30 sein, dass man euch was schenken kann. Ich weiß gar nicht so genau. Oder ich mache ein Turnier draus, wobei Turniere halt wirklich immer sehr, sehr anstrengend sind. Das heißt, es wäre halt nett, wenn ihr, falls ihr sowieso einen neuen Account machen wollt, mich da so einträgt. Ne? Das wäre es auch schon. Das wäre es auch schon.